So hallo, heute kurze Folge, zumindest ist das der Plan, weil nix Zeit, nixe Zeite, gar nix Zeite, ich mach trotzdem. So, ähm, okay dann, lasst mich, lasst mich labern. Äh, wahrscheinlich werde ich auch nicht so leicht konzentriert sein, wir werden sehen, was los ist. SMW versus, okay, Super Mario World versus Super Mario Maker 2. Was kommt denn da jetzt? Ich bin gespannt. Das passende Level in Super Mario Maker 2 findet ihr unter folgender E... Ach so. Die haben... Ach, die haben... Die haben ein Level hier gebaut und praktisch was Identisches im Maker. Aber das kann ja schon gar nicht gehen, weil mit Yoshi kannst du den Maker ja nicht fliegen. Soll man... Ich glaub, der blaue... Ich glaub, die blaue Shell ist wieder dieses... Hey, so kannst du alles überspringen, was eigentlich schwierig ist. Hä? Ich glaub, diese blaue Shell, weil so dieses... Hey, so kannst du alles überspringen, was schwierig ist. Aber es sah jetzt auch ohne Shell nicht sonderlich schwierig aus. Verwirrung mit in. Warte, ist jetzt... Also, also, gut, hier ein Shell Jump, so. Aber ich muss zumindest... Ja, also, einen muss ich... Ja, gut. Ich kann mir ja eine Shell holen mit Yoshi. Und dann halt einfach Yoshi nicht nutzen. Sondern die Shell. Oha. Oha. Ach, jetzt ist sie... Natürlich. So. Soll ich hier... Ich probier's einfach kurz aus. Ich kann ja zurückspulen. Hey, hier ist nicht mal... Ich wollte gucken, ob da was drin ist. Nö. Ich versteh das Level-Konzept nicht. Ey, das ist ja nicht mal ein schwieriger Sprung. Das war's doch jetzt schon. Okay, das ist irgendwas. Das muss irgendwas, wo man wahrscheinlich erstens die Folge... Erstens die Folge gucken muss und zweitens... Keine Ahnung. Okay, Zwischentest. Oh weia. Kommt jetzt alles vermischt. Ach, du Schande. Jo, die Musik geht ja mal ab. Wenn du es bis hierhin geschafft hast, besteht dir... Jetzt... Besteht dir jetzt die große Prüfung bevor. Ah ja. Wende all deine gelernten Skills an, um zu bestehen. Ah ja. So, die Musik ist nicht laut, oder so. Achso. Hat sich erledigt mit der Musik. Yay, wir starten mit einem Shell-Jump. Wer hätte es erwartet? Oh Junge. Äh! Oh, mein Gott. Das will jedes Mal, wenn ich sterbe. Nein, okay. Dann setze ich direkt mal hier. Lass wir auf jeden Fall hier starten. So, äh. Ich verstehe nicht ganz. Ich meine, ich kann die doch einfach mitnehmen. Was ist... Ach so. Ja, okay. Verstanden. Das war nicht so gut. Na. 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 Okay. Hier komme ich nicht weiter. Also, dann durch die Tür. Sind das wirklich so Abschnittsweise-Geschichten. Dann ist das jetzt der WeCrap-Raum, ne? Ah, das jetzt alles am Stück wird natürlich eine unangenehme Geschichte. Ja, der haut ab. Äh. Kommt ihr wieder? Gehen die da rum? Ja, okay. Die gehen da rum. Oh, das wird aber so, oder? Oh, das wird unangenehm. Uff, wie mache ich das denn? Okay, wie mache ich das denn? Da bin ich jetzt ja schon überfragt. Vielleicht muss ich da Anlauf haben vielleicht so ein bisschen? Das muss ja dann böse getimed sein. Oh, jetzt sind die näher beieinander, oder? Kann es sein? Waren die vorher weit auseinander? Ich glaube, jetzt sind die ein bisschen näher beieinander. Ja, die sind jetzt näher beieinander. Die waren vorn weiter auseinander. Oh mein Gott. Die waren vorn weiter auseinander. Okay. Das hat nicht funktioniert. Na gut, den Anfang immer wieder spielen müssen wir jetzt ja auch nicht. Das kostet uns nur Zeit. Das brauchen wir nicht. Machen wir den State. Ich meine, ich schaffe den Anfang ja. Also, das ändert ja nichts. Das ist ja keine Leistung, die ich da jetzt erbringe, wenn ich den Anfang immer wieder neu spiele. Das kostet jedenfalls nur Zeit. That's all. Ja, jetzt passt der auch. Okay. Nein, ich darf... Ich muss loslassen danach. Ich muss loslassen danach. Ah. Hast du Re-Craps? Nope. Also, ich würde es so machen. immer so zwei- bis dreimal einen Abschnitt schaffen und dann kann ich einen State für den Abschnitt setzen. Na, dann habe ich gezeigt, dass ich den Abschnitt nicht durch Zufall geschafft habe, sondern ihn wirklich schaffen kann. Also, der Shell-Jump-Abschnitt am Anfang war jetzt halt echt nicht nicht die große Leistung. Ne? Hoffentlich seid ihr ganz bei mir. Und wenn ihr nicht ganz bei mir seid, seid ihr es halt nicht. so, es gibt immer Menschen, die nicht einer, nicht der gleichen Meinung sind. Das ist ja auch gut so. Wir brauchen ja verschiedene Meinungen. Und hier gibt es kein richtig oder falsch. Der eine mag das halt mehr, der andere mag das halt mehr. Na bitte. So. Okay, jetzt kommt der Spin-Scham-Abschnitt. Oh nein, die ist wieder weg. Ich... Das ist doch fast genau... Oh, nee. Das ist doch fast genauso gebaut wie im Spin-Scham-Abschnitt selbst. Wo am Ende der Podobow hinten kommt. Ich drücke immer wieder nochmal hoch danach. Mann, äh, nicht hoch, sondern halt auf die... Also, ich gehe halt nicht von der... Ah, gehe halt nicht von der Taste runter. Na, man muss nach dem Spin-Jump muss man die Taste loslassen und dann halt wieder draufdrücken und dann wieder losladen. Das ist... Ne, eigentlich... Hä? Wait a moment. Eigentlich muss ich nicht mehr draufdrücken. Oder? Oh nein. Ah doch, ich muss draufdrücken um den Abstand von denen. Aber ich glaube, jetzt sind die wieder zu weit auseinander. Ich glaube, jetzt sind die wieder zu weit auseinander. Hm. Ne. So, auf jeden Fall schon mal nicht. Ach komm. Nee, wieso... wieso tue ich daaaasssssss? Lauft schneller, ihr Knechte. Warum drücke ich denn noch mal die Taste, dass er noch mal höher springt? Ah, nee. Nee. Das ist eigentlich... ziemlich dumm. Vor allem, es nervt mich jetzt halt, dass ihr euch jetzt das noch mal anschauen müsst. Obwohl ich es ja schon... Oh nein, jetzt sind die wieder dumm. Neu. Ist jetzt besser? Neu. Neu. Reset. Create Reset. So. Da ist der Create Reset. Also wenn ich es noch einmal geschafft habe, setze ich in State. Puh. Das ist mir zu blöd. Ich setze jetzt auch hier in State. Ich bin echt bescheuert, dass ich die jedes Mal da rumlaufen lasse. Nee. Echt nicht. So, hier. Meinetwegen machen wir den Sprung noch ein paar Mal. Ne? Aber... Aber nee. Ach komm. Bisschen zu spät los. Bisschen zu spät los. Den Sprung machen wir noch ein paar Mal. Ich leite jetzt noch kein... Ich setze noch keinen neuen State. Weil so kann ich jetzt jedes Mal loslegen, wenn die gerade dort sind. Ne? Das ist okay. Aber vielleicht kommen wir jetzt ja eh durch. Es ist halt wirklich genauso wie auf... Es ist genauso aufgebaut, nur dass dann statt dem Podobow dann noch so eine Kugel kommt. Okay. Frage an die... Also, falls du es noch weißt, Twakes, oder falls jemand anders das Format bei den Rocket Beans geguckt hat, haben die auch diese Abschlusslevel ohne States gespielt? Das wäre schon insane. Moment, wo du springst und einfach merkst, es wird nix. Muss es schon machen von... von links, ne? Ah, verdammt. Muss es schon machen von... Also wenn der auf der rechten Seite... Also wenn... Ja. Ihr wisst, was ich sagen will. Ja, bin ich denn jetzt? Na bitte, geht doch. Kann ich da direkt los? Ah! So nicht. Aber ich denke, ja. Ich denke, der ist lang genug an der Stelle. Freut sich seines Lebens. Wie ich es einfach nicht hinkriege, ne? Also, es sind halt mehr so Glückssprünge, wenn es mal funktioniert. Nein, Glück auch nicht, aber halt... Mein Kopf macht zu selten das Richtige. Gut. Gut. Also bevor ich das nicht zweimal hintereinander geschafft habe, Flawless, werde ich nicht hier in den State setzen, außer halt wir kommen hier weiter. Das ist dann wieder was anderes. Achso, da ist halt schon die Tür. Na gut. Ah ja, da ist dann der Check. Also drei Stücke müsste man schaffen ohne States, um zum Checkpoint zu kommen. Okay, jetzt kommt der Disco-Shell, ne? Ah, jetzt kommt Wasser. Okay, da haben sie die Reihenfolge geändert. Oh, und der Dings verfolgt mich dann ja. Ihhh. Ihhh. Der wird, der wird, der wird, öh. Und die kommen... Ach, gucke mal, wo wir sind. Ach, gucke mal, wo wir sind. Da haben die das her. Dann hat er das aber in dem anderen Level. Das ist ja lustig. Dann hat er das in dem anderen Level. Wait a moment. Das kann doch nicht der gleiche... Das kann der gleiche Raum sein, oder? Würde das bedeuten... Würde das bedeuten, wenn ich jetzt hier weiterschwimme, komme ich zum Ziel? Nein! Nein! Ist nicht euer Ernst! Das wäre ein stinknormaler Normal-Exit auf die Art und Weise. Ist nicht euer Ernst. Von wegen, dass es nicht verwendet ist, Material. Das ist einfach ein anderer Level in dem gleichen Rahmen. Das habe ich ja noch nie erlebt. Das habe ich ja noch nie erlebt, dass man im Glei... Ach, das kennen wir jetzt ja schon. Allerdings... Wait a moment. So wie wir es allerdings kennengelernt haben, war da ja eine Röhre, die man nicht betreten konnte, na? Kann ich da jetzt rüberspringen? Nein. Vielleicht ist es nicht der gleiche Raum, aber es ist nur gleich gebaut. Und er hat es in dem anderen dann nur auf seinem Level getestet. Weil, sonst müsste ich jetzt ja zu der Röhre kommen, die nicht... Die nicht betretbar ist. Vielleicht ist da eine andere Röhre betretbar. Ich meine, es war ja wirklich so ein bisschen trollig aufgebaut. Es kann schon sein, dass das dann wirklich so... Konstru... Oh mein Gott. Dass das dann wirklich so konstruiert ist. Das ist schon möglich. Das ist jetzt kein Ding der Unmöglichkeit. Mach dich weg. Oh. State. Also nicht. Bin ich da nicht einfach runtergelaufen irgendwie? Ja, bin ich. Und die Röhre war dann nicht betretbar, ne? Dann ist die betretbar. Ah, verstanden. Ja, wow. Na, danke auch. Das bedeutet aber, man muss hier einmal sterben, weil das weiß man ja nicht. Dass die nicht betretbar ist, weiß man nicht. Das wissen nur wir jetzt. Ne? Weil wir da schon mal gerade dort waren. Aber das... Okay. Geschenkt. Wow. Ich wusste es und bin trotzdem dran vorbeigesehlt. Oh no. Nein, ich... Falsche Taste. Jo. Ah, vielleicht gar nicht. Ne. Ich muss das halt so machen, dass ich die... Dass ich abspringen kann. Ja. Ne, das wird jetzt halt nicht gut... Also ich muss bestimmt die Fehler behalten. Wie oft muss ich das jetzt machen? Mindestens dreimal. Nicht drehen. Nicht... Einfach loslassen. Ja. Nicht noch... Nicht noch mal drehen. Einfach loslassen. Wie viel noch? Das sind ganz schön viele auf einmal. Ja. Wieso drehe ich mich denn immer noch mal? Einfach nur loslassen. Nein. Nein. Okay. Ja gut. Ja. Ah ja. Ja gut. Das ist jetzt die typische... Ich sag mal der typische Kaiser-Bose. Allerdings sogar ein bisschen einfacher, weil man von jeder Seite eigentlich auf jede Seite kommen kann, ne? Nein! Mist. Also den werden wir auf jeden Fall ohne Stades spielen. Na, das ist auf jeden Fall machbar. Ach, Mist. Ja, das ist nicht so wild. Ich bin halt einfach blöd. Mann. Gibt's doch nicht. Machen wir's halt so. So. Jetzt ist der letzte Sprung überhaupt kein Problem mehr. Kannst du schon mal holen. Muss ich ihm nur noch reinpfeffern ins Gesicht, wenn er da ist. Ich hätt's nicht schon holen sollen, weil dann hätte ich... Sonst hätte ich besser ausweichen können. War blöd, hab ich verschwendet. Ah. Oh, ähm... Nee. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ungünstig. Ich wollte eigentlich mit dem Drehsprung abspringen. Nope. Nope. Jetzt nimmt er wieder die Blöcke nicht mit. So ist er auch okay. So ist er auch okay. Und jetzt springen wir schon mal rüber. Nein. Jetzt warten wir. Vielleicht springen wir in die Mitte lieber. Wow. Ja, oder wir lassen es auch erst mal. Kann man auch. Ah, okay. Jetzt passt's. Und tschüss. Okay. Ja, gut. Das war ein interessanter Abschlusstest. Zwischentest? Zwischentest hieß es nicht Abschlusstest. Vor allem, wir haben den Abschlusstest ja sowieso schon in der Mitte beendet. Wir sind schon eher rausgegangen mit der... Ja, wahrscheinlich kommen jetzt Credits. Was ist das denn? War das an der Stelle mal zu Ende oder was? Und dann haben sie doch noch mehr gebaut und jetzt ist es ein Zwischentest und vorher war es ein Abschlusstest. Und dann haben die Quenzen einfach keinen Ton und ich kann halt... Ja, wow. Ich kann halt legit eh nichts machen. Dann kann man auch so raus. Weil man kann ja eh durchlaufen. Eieiei. Okay. Ja, gut. Dann haben wir die Hälfte des Hacks geschafft, würde ich sagen. Danke fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, was noch kommt. Und tschüss. Ich bin gespannt, was noch einmal. Danke fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, was noch nicht.